Ja, hallo, ich bin Fabian Grenzer und spiele heute die Glücksfee für SupportNet. Wie ihr alle wisst, haben wir das schöne Adventsgewinnspiel gemacht. Heute gibt es diesen Retro Kopfhörer zu gewinnen, den man per USB als Headset in den Computer einstecken kann. Ganz lustiges Tool. Und von Microsoft gesponsort eine Windows 7 Ultimate Version. Ja, das Ganze losen wir diesmal mit diesen beiden Würfeln aus. Eigentlich ein bisschen Nerdspielzeug hier, dieser 30 Flechner. Passt aber ganz gut. Jeder, der bei den Kommentaren mitgemacht hat, hat die Chance zu gewinnen und das werden wir jetzt auswürfeln. So, wir würfeln jetzt mit zwei Würfeln den Gewinner aus. Und zwar mit dem ersten Würfel den Tag des Kommentars und mit dem zweiten Würfel die Nummer des Kommentars. Oh, der erste Tag. Und der dreizehnte Kommentar. So, wir ermitteln jetzt den Gewinner der Windows 7 Ultimate Version, die wir von Microsoft zur Verfügung gestellt bekommen haben. Zuerst der Tag. Das ist der vierte Tag. Und jetzt die Kommentarnummer. Das ist der zwölfte Kommentar. So, wir haben jetzt die Gewinner gezogen. Die erste Gewinnerin ist vom ersten Tag der dreizehnte Kommentar, Frau Rolle. Frau Rolle gewinnt diesen Retro-Kopfhörer, den wir netterweise von Get Digital zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und Frau Dau gewinnt die Windows 7 Ultimate Version, die wir netterweise von Microsoft zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, viel Spaß mit euren Sachen. Wir werden in den nächsten Tagen bei euch eingehen. Und ich hoffe, dass viele noch bei dem weiteren Gewinnspiel, Adventsgewinnspiel von uns mitmachen. Wenn wir es hier noch mal anfangen stellen, dann kommen wir mit uns mitmachen. Aber wenn wir mit uns mitmachen. Vielen Dank. Vielen Dank.